So, willkommen zurück zu einem ruhigeren Start, man hört zwar die Schüsse, aber wir sind selber nicht mehr involviert. Willkommen zurück zu Half-Life 2 Episode 1. Hier klingt es wieder nach Raketen, wahrscheinlich sind es Riders wieder unterwegs. Hei hei hei. Ah, das war ein Jodgames. Einfach mal hochpulfern. Jetzt müssen wir hier runter. Oh! Guru! Ja, jetzt musst du mich gehen. Ja, war eine sehr blöde Idee, ich weiss nicht. Was haben wir da? Ah nein. Ah! Ah! Ja geil! Ja geil! Ja geil! Hallo! Rührt einmal das Auto auf mich, stürmt durchs Auto auf mich zu. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Okay, okay. Okay, okay. Oh, jetzt schieben wir das Auto zu. Oh, jetzt schieben wir das Auto zu. Daaaah! höher! EASY Bianca! LARCH ME δεν Después die cholesterol sich zu sehen. Wird man frei, wenn man die ронiker. EASY! Hüff! 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 Dreck! Hüff! 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 Komm, Alex! Weisst du, das sind nur die Kleinen! Du musst noch nicht so lange trennen machen! Schau mal! Ich mache da in dieser Zeit ein grosses Fertig, he! Aha! Ah! Alex, hält mir das! Oh mein! Machst du auch etwas? Ah, machst du auch etwas? Ja, voll macht sie etwas! Genau! Den kannst du gleich fliegen! Nein! Ist gut, hast du Freude? Kommen wir weiter! Oder Dächer? Hier drin haben wir niemanden! Nein! 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 Ist auch noch geil, wie sie mir jetzt erst Platz haben! Nein! Nein! Hans! Nein! Ein Beut, ein Beut, ein Beut, ein Beut! Was war das denn? Wieso haben sich hier explosive Fässer? Was kommt rein zu stürmen? Aha. Ganz vorsichtig herzustellen. Also ich sage es mal so. Wenn dann da ein Feich reinkommt, bin ich sehr schnell da draussen oder dort. Aha, das ist wieder meine Arte. Wieso? Ja, von einem Luftschacht bin ich höchst. Dort hatte es auch eine Leiter, ich weiss. Ich habe zuerst geschaut. Ah! Toll! Ah toll! Ah! 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 Toll! Ich würde mal sagen, da. Da machen wir ein Zeichen. Ich habe über die brennenden Fässer gumpen. Oh ja, und im Lift. Und im Lift zu saufen. Ja. Los, hoch mit dir! Gordon! Ja, viel Spass. Der ist immer in knusprig-braun. Hallo? Da hatte ich auch noch nichts. Da wollte ich das Tier geben. Ja, der ist sicher nicht entschieden. Da ist wieder die Fremde. Was ist jetzt das gewesen, bitte sehr? Hat das Fischerviech mir ein brennendes Fass entlang? Oh, da ist offen! Also, ich habe schon gesehen, dass es offen ist, aber ich meine, du kommst schon da. Ah! Eingesperrt mit einer Gifte! Zum Glück machen die ja keinen Schaden. Notgifte! Diagnostiziell! Exitus! Unmacheldrang! Bevor! Lebenszeichen! Werden! Schwächer! Achtung! Haben Sie das gehört? Lebenszeichen! Kritisch! Sie hat gesagt, Exitus steht unmittelbar bevor! Hahaha! Ich werde sogar im Half-Life 2 erwähnt. Die wissen schon, dass ich so ein Cooler bin. Es klingt nach 4. Aber voll! Ah, nach diesen Fischern klingt es okay. Aha! Pamm! Eine Station weiter oben! Ich habe gerne Lust! Ohohohoho! Um das mal zu probieren! Ach, ist das herrlich! Der probiert mich schon immer wieder! Hey, du hast ihn nicht gerne! Ah, das ist ja nicht das Schleiche! Das ist der Falschkopf! Schau, ich sag das jetzt schon! Ja! Bäm! Jetzt geht wieder runter! Der geht wieder fischen! Ich erlöse dich von ihm! Leid! Genau! Kürzt das Zeug aus! Dann hast du Ruhe! Und dich auch! So! Weiter! Ah, da habe ich ja volle Schüsse! Das ist ja geil! Ein Stippmann vor der Kiste gefunden! Beim grossen Fisch! Hehehehe! Mein Kicht begehrt Zerstöriger! Ist das irgendetwas, das gegen mich ist? Weil sonst würde ich fallen... Ähm... ... ... ... ... ... ... Die kumpt so lange, um ein bisschen zu greifen. Also wenn ich die jetzt auf den Kopf würde, würde ich selber aufkumpen, bis sie wieder leide. Das sind aber schon geile, intelligente Teilers. So, Sicherungskasten, wo bist du da? Wer bist du ja? Ich dachte schon, du hättest dich verdrückt. Aber was läuft mit dir? Hallo, ich bin Gordon Freeman. Ich muss um den Weg gehen, um etwas zu lösen und dann den Dank von allen zu bekommen. Ich meine, seit Teil 1 ist das so. Muss es nicht, Alex. Ich komme aus einer anderen Dimension, oder was weiss ich, was der Gordon Freeman Verein ist. Das klingt gut. Ja... Nein, löst du bitte! Ich... Ich würde liebend gerne da durch, dass das Zeug eigentlich nicht explodieren müsste. Hups! Oh, Entschuldigung. Oh! Alex, wir vergesst uns am besten noch mal aus diesem Raum hinaus. Komm mal! Genau, da raus! Bück ich ganz. Ja, darum wollte ich eigentlich raus. Kommt noch etwas? Nicht, okay. Dann gehen wir weiter. Oh oh, nochmal das Ganze. Nein, es brennt. Es wird zuerst sein, sonst... Kassel! Blau und orange Augen. Ah, cool! Meine Lieblingswaffe! Ah, cool! Alex, was machen wir? Ah, hier. Stecken. Alex, was machen wir? Kabel folgen. Okay. Oh, ja... Public. No, das ist alles passiert. Das will ich! Das will ich! Oh, fuck's! Mission! Au! Sehr schön! Was ist das für eine Schrift? Das ist Kyrillisch? Ich weiß doch, wer in Brüssel... Drück oder Feind? Ah, da ist Feind! Ah! 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 Da redet aber noch einer! Bäm! Du machst das Gutes, oder? So und... Okay! Dort war einer! Dort war einer! Da war einer! Da war einer! Hat das Seil gehört? Ja, das hat er schon gesehen! Hey, Hildur! Okay! Ja, ich komme gleich! Ich möchte erst schauen, was es hier so hat! Oh! Lecker bin ich jetzt erschrocken! Jetzt habe ich einfach einen! Weisst du, wo ich hier vorbei gerannt bin? Könnte ich jetzt wieder erst zurück schmulen! Da war einer in Schatten! Und dann habe ich gedacht, da kommt gerade einer! Hey, hoi! Lass uns nicht rein! Was ist denn noch hier? Alle sollen doch die Stadt verlassen! Die Combine sind ein echtes Problem! Oh! Der Timer ist abgelaufen! Wir versuchen nur noch einen Sturm zum Bahnhof zu kriegen! Wir treffen uns in einem Haus in der Nähe!